Ich bin in einer idealen Umgebung aufgewachsen. Viele Berge, viele Bäume, schöne Landschaft. Immer wieder, wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich sicher und bin immer zufrieden und das hilft mir auch sehr, mich zu entspannen. Seit ich denken kann, wollte ich Fußballprofi werden und ich wollte aber auch, dass man mich so nimmt, wie ich bin. Ich bin von Geburt an an beiden Worten taub. Er hat sich auf den Schoß von meinem Mann gesetzt und wir haben dann von der Oma das Hörgerät an sein Ohr gehalten und mein Mann sagte dann Simon und er drehte sich um. Bei Simon war es so, der hat am Anfang die Hörgeräte bekommen und der hatte nie, nie, nicht ein einziges Mal hat er die Hörgeräte rausgetan. Das war für ihn das Beste. Ich habe schon gedacht, hoffentlich lernt er das Sprechen, aber ich habe da nicht aufgegeben. Ich habe jeden Tag geübt, geübt, geübt. Das ist wichtig. Wer böse ist, kriegt ein Schleckerl. Du Lautbuck, was willst du denn überhaupt in der Schule? Ich freue mich für ihn und ich weiß, dass es auch noch nicht alles war, dass er da noch viel mehr kann und dass er das auch noch zeigen wird und dass so viel Potenzial noch in mir steckt. Er ist da, wo er ist, weil er es unbedingt wollte. Er hat sich immer Zwischenziele gesetzt, für die er gearbeitet hat und ich hoffe, dass er auch das Ball behält. Er ist ein sehr intelligenter Spieler. Dadurch, dass er weniger hört als die anderen, sieht er mehr und das merkt man einfach. Dieses periphere Sehen, dieses Erahnen von Möglichkeiten, die sich ihm bieten, den Torabschluss zum Beispiel, die sind herausragend und er ist darüber hinaus auch ein sehr technisch versierter Spieler. Er hat sehr gute Anlagen. Er ist ein Goalgetter, spielerischer Goalgetter und wird immer seine Tore machen. Mein größter Traum ist es, Fußballprofi zu werden. Vielleicht eines Tages mal in der ersten Bundesliga zu spielen oder in der Premier League oder in der spanischen ersten Liga. Aber auch auf hohem Niveau Fußball zu spielen und diese Leidenschaft einfach für den Fußball ausleben zu können. Jeder sollte versuchen, etwas erreichen zu wollen und diesen Willen zu zeigen. Ich sage immer, wenn man etwas will, dann schafft man es auch. Wenn etwas Serbia k urt. Ich würde ihnen zu zeigen. Vielen Dank. Ich hatte den schönen Tag den 2